Wir befinden uns hier in Neufen im Jakob-Metzger-Weg. Wir haben aktuell messbares, brennbares Gas in der Kanalisation. Wir sind noch auf der Suche der Ursache. Wir haben jetzt noch den Gerätewagen Messtechnik angefordert und Fachleute und werden dann versuchen, die Ursache zu finden. Aktuell besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Wir werden weitere Maßnahmen einleiten, wenn wir wissen, um was es sich handelt. In mehreren Kellern konnte dann beißender Geruch festgestellt werden. Wir haben daraufhin die Spezialkräfte der Feuerwehr Ostfiltern vom Landkreis angefordert, der Messzug. Wir konnten dann bei Messungen feststellen, dass es sich um Lösungsmittel handelt in der Kanalisation. Die Bewohner können jetzt wieder in die Gebäude, werden weiterhin Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und wir werden die Kanalisation von einer Fachfirma spülen lassen. Die Feuerwehr Neufen ist mit drei Fahrzeugen und ca. 15 Mann vor Ort. Die Feuerwehr Ostfiltern mit drei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort. Weiterhin ist die Polizei vor Ort, die Fährenergie von Reutlingen vor Ort, die Stadtwerke Neufen sind vor Ort, Vertreter von der Stadtverwaltung sind vor Ort. Ich denke, dass es schon gewisse Kosten auf die Stadtverwaltung zukommen oder entstehen aufgrund dieser Spülung. Weitere Schäden sind uns nicht bekannt.